Das musst du aber komplett runter... Das musst du komplett runterziehen, Terzter. Übrigens, der Clip von Terzter ist im Clip-Channel oben, wo er aber auf mich schießt, oder? Ja. Ja. Hier, Terzter, darf ich nochmal sagen? Warlock? Ähm, ja. War richtig. Ich hab auch nur gesehen, ne. Die haben vier Leichen gefehlt. Ich hätte einfach gefressen an deiner Stelle. Ich konnte nie eine essen, dann hab ich einfach beschlossen, Detective zu sein. Ja, du kannst also... Also, wenn neben mir ne Leiche umfällt, Franz, kannst du einfach fressen, weil ich bin eh meiste Zeit Brain of Car. Ja, ja, ich rechne halt nicht damit, ne. Oh, was für eine Rolle? Okay. Alles klar. So, sind alle drin, ne? Dann viel Spaß. Letzte Geburtstagsrunde. Viel Spaß. Hallo Marcel, grüß dich. Oh, Pockety, Pockety. Mit Smeggy. Ja, wir haben eigentlich schon verloren, ne. Kurz gefreut, aber ist mit Smeggy, Freunde. Ist eigentlich so gut wie verloren. Ähm. Schade Schokolade, ne. Ist hier überhaupt ne Task? Ich weiß nicht, ist hier ne Task. Okay, let's go. Okay. Smeggy. Smeggy, bitte töte nicht mich. Smeggy, bitte töte nicht mich. Smeggy, bitte töte nicht mich. Ich kann Toni und Shy nicht auseinanderhalten, ne. Komm, komm. Okay, lass uns das gar nicht. Ich kann mich also sagen. Ich kann nicht mehr reden. Ich kann mich jetzt mal verleten, ne. Das war's. Und wenn ich. Komm, komm, komm. Oh je, ich hab... Aha, wollte da jemand schon wieder mich töten und hat Joshi erwischt? Ich kann euch auch gar nicht auseinanderhalten, ne? Hä? Ja, weil ich wollte eigentlich Tony töten. Alles Geschenke hier. Mein Kopf explodiert. Ja, keine Angst, Maggie hat da eine gute, ein bombenstarkes Mittelgegen. Ich laufe, laufe zu Admin, ich seh die Bombe, ich denk mich kann reinlaufen, weil ich ja eh es für das Kill Shield hab. Da liegt Joshi am Download, von Joshi geht ne Blutspur weg zum Admin-Table. Ich laufe nach unten, Maggie steht rechts am Admin-Table. Die Bombe geht hoch, Maggie überlebt, obwohl er im Bombenradius ist. Hä? Ne, also ich stand nicht im Bombenradius, ich hab mich nach rechts gestellt. Ich hab aber gesehen, dass der Wind unten in Admin aufgegangen ist. Ich hab's Maggie geschildet, deshalb hat er überlegt. Okay. Also, ähm... War ein Scherz. Ich glaub aber auch nicht, dass Kai-Uknick hier gemacht hat. So, wir sollten da jetzt noch nicht so hart reingehen, ich bin mir da nicht sicher, ob das stimmt. Ne, wir sollten jetzt auf keinen Fall Smaggy erst Bombenradius. Ne, würde ich jetzt auch noch nicht machen, nächste Runde, nächste Runde. Lass er jetzt hier noch nicht. Erstes Meeting machen wir das noch nicht. Wer ist der, seht ihr vielleicht jemanden, der jetzt gerade nicht in den Admin-Vent hätte springen können? Lass uns doch nochmal... Ja, Smaggy. Dalu war nicht in der Lage, in den Admin-Vent zu springen. Mhm, mhm, mhm. Äh, ich glaub, Julie, Julie, warst du nicht grad noch hinter mich? Das, was Alton sagt, stimmt, aber ich kann ihn nicht rauslegen. Wir haben uns gerade bei Lights gesehen. Ja, du hast mich gesehen, ich dich nicht. Ich hab mit Dalu die Handzeichen gehalten. Ne, ich hab ne Sonnenbrille auf, ich seh gar nichts. Ja, also, genau. Aber würdest du mich rechts killen, Tersti? Äh, genau, aber du hattest ja das Schild. Ähm, ich kann Kaioken rausnehmen für den Bomber, weil als die Bombe gelegt wurde, waren wir oben. Das ist wirklich ein Tollet. Und Smaggy würde ich da auch rausnehmen für den Bomber, weil der war nämlich oben auch. Wo war Smaggy, Tersti? Den bin ich auch. Tersti? Ja, bitte. Smaggy, wie kannst du Smaggy rausnehmen für die Bomber? Ja, der war da oben, ne? Nee, der war in Admin, als ich reingelaufen bin. Wir sollten da jetzt keine voreinigen Schlüsse ziehen, wir sollten jetzt noch einmal... Aber Kaioken hat was geschnückelt. Ja, ich sag nur dazu, Smaggy ist richtig Bomber. Dalu, warst du wieder im Fun Club? Bomberastisch. Ich würd gern in den Fun Club gehen, aber dafür muss Smaggy nochmal was machen. Sehr gut, ja. Was denn, was denn? Das muss Smaggy machen. Also was muss ich machen? Bombe. Ich hab mit Bomben nichts zu tun. Ich wünsche mir noch einen schönen Abend, danke für die Games. Bye, bye. Tschüssi. 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 Ist der Anti-TP? Willkommen, der legt ne Bombe. Hey, guys. Tschüssi. Hahaha ach da deaktiviert worden jetzt geht es aber hier drunter und drüber du glaubst mir das nicht was jetzt passiert ist da guck mal du denkst jetzt bestimmt du denkst du denkst du denkst ich bin der maid aber ich bin sheriff und hab den falschen erschossen so ist die situation ich sag euch was ich machen wollte ist mir jetzt egal ich wollte gucken ob der time master gegen die bombe gewinnt das erste mal stehe ich in der bombe und du defused ich hab die entschärft ja der bombe und irgendwer reportet du hättest das herausfinden wäre sowieso interessant wäre du hast ein schild darlin also stirbst sowieso nicht jetzt hast du es versaut weil ich bin der master wir können es ja gewinnen ich wusste dass ich ein schild hatte ich würde auch sagen noch mal next try wer ist jacquard echt naja wenn du jetzt wenn du jetzt faru erschossen hattest terste ja weiß ich nicht wer war denn du hast du hast doch faru an an dem sabotage fix getötet ja dann lass auch onkelchen bauten ich weiß nicht oder lass mal skippen ne das ist schlecht ich glaube ich bounty hunter sein ne bin ich nicht ich will jetzt wissen ob ich die bombe überlebt ja warte mal da müssen wir jetzt überlegen weil wir bauten ja ich hab geskippt warte mal wenn ich jetzt skippe dann haben wir zwei skipps ja franz hast du auch geskippt ja klar ja genau dalu hat geburtstag ey und ich kämpfe gegen jacquard also vielleicht habe ich terste geburt nein terste ist wirklich sheriff ich bin morphling du bist bombers maggie ich hab doch grad faru erschossen ja ich hab doch gesehen wie smaggy da gekillt hat ja und dann wollte ich ihn direkt erschießen aber da ist mir jemand faru wieder reingerannt also ich komm mal jetzt auf da ist mir faru wieder reingerannt aber als smaggy die bombe gelegt hattest hattest du auch nicht vor zu schießen oder ne da wollte ich defusen erstmal weil ich hab gesehen du stehst in der bombe jetzt haben wir verloren nein joni ich wollte doch wissen ob der thai was dagegen die bombe gewinnt ja klar kommst du an aber wird dann auch die zeit zurück gespult ja 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 was hast du denn jetzt gegessen ordentlichen äh ich bin's typisch ich hab ganz vergessen ich hab den kamo äh ausgeblendet mental und was hast du stattdessen ja ey sorry nochmal für die schwierigkeit am anfang was hast du jetzt noch vorbereitet ne das wär gut ne danke leute grüßchen ne macht ihr noch einen schönen tag da hallo ne ciao ciao tschüss so okay freunde an der stelle das war ne geile youtube runde nochmal ne äh hallo youtube kinder so an der stelle einmal ganz kurz eine kleine bitte wir haben einen neuen youtube channel habe ich ja letztes mal schon häufig erwähnt wenn ihr bock habt leute schaut gerne mal bei dem channel vorbei das ist dieser hier okay unten in der video beschreibung ist der link der heißt terste ja wir haben ja den channel hier umbenannt in terstie der heißt jetzt terste das ist unser erstes video was rausgekommen ist ja schaut euch das gerne mal an ist ein best of da kommen jetzt auch wöchentlich oder im monat sagen wir drei vier videos zwei bis vier videos ja würde ich mich sehr freuen okay liebe geht raus an euch